Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 8. Juli 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1039, heute mit den folgenden Themen Meter, Spotify, Kaufpass, E-Post und TikTok. Ich beginne gleich mit Meter. Meter ist ein kleines Gadget, was man zum Braten und generell für Fleischproduktion nutzen kann. Also nicht die Produktion, sondern die Zubereitung auf dem Grill, im Backofen etc. So ein kleiner Stift, den man in das Fleisch steckt, in den Braten etc., um dann die Temperatur im Blick zu halten. Vor allem bei Niedergaren und solchen Geschichten, sehr, sehr ein praktisches Gadget. Und dazu gibt es auch auf dem lebessmart.ch-Blog ein kleiner Testbericht dazu. Und die Firma dahinter, die der Nachim und ich damals in Barcelona am MWC kennenlernen durften, die haben jetzt einen neuen Besitzer. Die wurden nämlich übernommen von einem amerikanischen Unternehmen Traeger Grills. Keine Ahnung. Machen original Holzpelletgrill etc. für den Outdoor-Bereich. Und die haben sich jetzt eben Mieter gegönnt. Ob sich was ändert und was sich ändert für das ganze Ökosystem etc. ist nicht klar. Ich gehe mal aber stark davon aus, nicht allzu viel oder hoffentlich nicht allzu viel, dass die Dinger dann nicht überflüssig werden. Weiter geht's mit Spotify und Ankündigungen. Das tun sie ja gerne und vollumfänglich. Im Mai haben sie nämlich erwähnt, dass ab bald schon, oder eben damals hieß es noch ab jetzt dann, die Möglichkeit besteht, Musik direkt zu downloaden und zwar auf die Apple Watch, sodass man das Ganze offline anhören kann oder auch unterwegs beim Sportmachen etc., ohne dass man das Smartphone dabei haben muss. Das Ganze hat aber nur sehr tröpfelnde Weise bei einzelnen Nutzern eingeschlagen. Jetzt endlich kommt es für alle. Wie das Ganze funktioniert, auf daily.tiktok.ch findet ihr oder im Podcatcher eures Vertrauens einen Link dazu zum Nachlesen und Nachmachen, wenn ihr dann möchtet. In Deutschland gibt es bald schon die Familienzertifikate. In der CovPass-App bekommt ihr die Möglichkeit, nicht nur euren eigenen Zertifikat einzulesen, sondern bald auch das eure Partnerin oder Ehefrau und oder den Kindern oder eben auch allen zusammen. So muss nur der Papa oder die Mama die ganzen Zertifikate mitschleppen und nicht alle. Macht vor allem dann auch Sinn, wenn die Kleinen noch kein eigenes Smartphone haben und logischerweise gespritzt sind. Dann geht es weiter mit der ePost-App. Die Schweizer Post hat die ePost-App veröffentlicht. Und was ist das Ganze? Es ist die Möglichkeit, sich die Post per TE, also digital, zuschicken zu lassen. Eigentliche Lösungen gab es schon länger, also quasi, wo man eine Adresse hat, da kommt das Ganze hin und wird dann eingelesen. Hier ist es jetzt aber so, dass die Post direkt mit einzelnen Firmen Verträge hat, wo dann eben die einzelnen Dokumente direkt angereicht werden und in die App gelangen. Da sind mittlerweile die eine oder andere Bank mit dabei, oder eine Bank ist mit dabei, eine Versicherung und noch ein paar einzelne. Aber ich denke mal, sehr schwer, das wird sich ziemlich schnell ausweiten. Finde ich tolle Geschichte, würde ich mir gerne auch mal selber anschauen. Geht übrigens für KMUs, also für Business, aber auch im Privatbereich. Zu guter Letzt gibt es Geld bei TikTok. Und zwar können sich TikToker und TikTokerinnen in den Shoutouts, das ist ja die Möglichkeit, wo man nur einzelne Leute damit abfüttern kann, die dann aber dafür bezahlen. Also quasi, dass man einen kleinen Obolus dem jeweiligen TikToker, TikTokerin gibt und der dann einem Content ausspielt, den andere nicht bekommen. Also exklusiver Content. Das Ganze ist noch nicht ganz in fixen Tüchen. Es wird anscheinend mit In-App-Währung umgesetzt. Und wie das Ganze schlussendlich funktioniert, das werden wir sicherlich nächstens bald mal sehen, wenn es dann soweit ist. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wünsche euch derweil einen schönen und erfolgreichen Donnerstag. Geniesst hoffentlich das Wetter. Aktuell ist es noch dunkel und ich sehe nicht, was für Wetter ist. Oder wird besser gesagt. Aber es könnte Sommer werden. Wäre doch schön, auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.